Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht-der-Weiß-Zeit-Letzter-Schluss. Ja, dieses Mal geht es um Achtung, Sicherheits-Check. Denn Lux-Container haben wir jetzt gerade vielleicht durch die Medien mitgekriegt, jedenfalls ein paar mehr von euch, ich auch selbst, dass da so ein bisschen was zu machen ist. Also es geht um Verschlüsselung dabei und man sollte mal überprüfen, ob die Dinger nach aktuellem Stand noch sicher sind. Und das machen wir heute mal zusammen. Diese Ausgabe ist so ein bisschen vielleicht schwer verdaulicher. So ein paar Grundlagen brauchen wir nämlich dafür. Also wenn wir jetzt so einen Lux-Container machen, das kann eine Partition sein, die wir verschlüsseln, eine Festplatte oder es können auch einzelne Container-Dateien sein. Dabei geben wir ein Passwort oder vielmehr so einen ganzen Pass-Satz an. Umso länger der ist, desto sicherer wird das Ganze natürlich. Das brauchen wir zum Verschlüsseln und zum Entschlüsseln. Das merken wir uns letztendlich. Ich schreibe das am besten nicht auf und klebe das an die Tastatur oder an den Monitor. Das Passwort, was wir da angeben, wird halt nicht eins zu eins verwendet, sondern es wird so ein Hash davon gebildet, so eine Passwort-Ableitungsfunktion letztendlich. Also aus einem Passwort, was natürlich möglichst lang ist, wird was abgeleitet, was noch viel komplizierter aussieht. Das soll unter anderem die Sicherheit erhöhen. Dieses gehäschte Passwort wird verwendet, um den eigentlichen Verschlüsselungsalgorithmus, sowas wie AES, auf die Daten loszulassen, um das zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Da gibt es verschiedene Methoden, um aus dem Passwort den Schlüssel abzuleiten. Dieses PBK-DF2, das ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also die Schwierigkeit von diesem Algorithmus richtet sich danach, auf welche Hardware wir den Lux-Container erstellt haben. Damit das Ganze relativ einfach wieder zu öffnen ist, wird da dieser Algorithmus mehr oder weniger oft durchlaufen, damit das Öffnen halt in einer gewissen Zeit noch funktioniert. Wenn wir das Ganze mit einer relativ schwachen Hardware gemacht haben, dann werden weniger Durchläufe von diesem Algorithmus gemacht, als wenn wir nun was Besseres haben. Ja, und dem Angreifer machen wir es natürlich auch einfacher, wenn wir damals einen schlechteren Rechner gehabt haben, als es heute üblich ist. Man kann diesen Hash-Algorithmus relativ einfach mit BruteForce, BruteForce, also wir probieren einfach mal haufenweise Buchstaben-Zahlen-Kombinationen als Passwort durch. Damit kriegt man ihn relativ einfach geknackt. Das kostet heute nicht mehr so viel, weil es gibt Grafikkarten, auf denen man das machen kann. Oder diese FPGAs, Field Programmable Gate Arrays, das sind letztendlich programmierbare Logikchips, die deutlich schneller sind, als wenn wir so einen Fair- oder Entschlüsselungsalgorithmus komplett in Software ausführen würden. Also das Ganze funktioniert kostengünstig und schnell. Neben diesen BruteForce-Angriffen, wo einfach stupide alles durchprobiert wird, was es so gibt an Zeichen, gibt es Wörterbuch-Angriffe, dann nimmt man, wie der Name irgendwie schon sagt, ein Wörterbuch, nimmt daraus halt die Wörter raus und probiert die mal durch oder in Kombination miteinander. Denn man geht eher davon aus, dass Menschen Begriffe verwenden, die sie auch in ihrer eigenen Sprache verwenden, in Kombination miteinander. Das Ganze funktioniert deswegen so gut, weil es sehr gut parallelisierbar ist. Also man kann mehrere Instanzen von diesem Durchprobieralgorithmus auf einer Grafikkarte laufen lassen oder in einem FPGA. Und der RAM-Bedarf ist relativ gering. Also das passt wunderbar in den Grafikspeicher von der Grafikkarte. Ja, also von daher, die SPB-KDF2 ist nicht mehr so der Weisheit letzter Schluss und so. Von daher sollte man andere Dinge machen. Seit, ich glaube, schon ungefähr zehn Jahren gibt es Argon-2 in zwei Varianten. Argon-2i ist ein Algorithmus, der das deutlich schwieriger macht und vor allem ist sicher gegen Seitenkanal-Attacken. Bei einem sogenannten Seitenkanal-Angriff, dabei wird dann geguckt, von außen, wie sich ein System verhält. Also man guckt sich dabei eine Implementierung an von einem Algorithmus und beobachtet das System, das diesen Algorithmus ausführt. Also was wird bei Chipkarten gerne mal gemacht, um das zu überprüfen, wie es funktioniert. Oder beim Rechner kann man gucken, wie die CPU ausgelastet ist, wie der Stromverbrauch ist und auch wie das Zeitverhalten ist. Also wie lange irgendein Vorgang dauert, verschlüsseln, entschlüsseln und so weiter. Mit diesen gewonnenen Informationen kann man denn Rückschlüsse auf das Geheimnis, was ja normalerweise der Schlüssel ist, mit dem das, ja, so ein Lux-Container verschlüsselt wird und natürlich auch entschlüsselt wird, da kann man Rückschlüsse darauf ziehen oder andere Dinge deutlich leichter machen. Oder es kann, je nachdem, worum es sich denn handelt, um andere schützenswerte Informationen handeln. Also dieses Argon2i, das ist jetzt nun deutlich besser als das, was wir vorher hatten, aber immer noch nicht so wirklich gut. Darum gibt es eine andere Variante, den Argon2id-Algorithmus. Das ist ein Hybrid-Algorithmus, der zum einen den Argon2i-Schutz gegen diese Seitenkanal-Attacken hat und durch größere Speichernutzung widerstandsfähiger gegen GPU- und FPGA-Angriffe ist. Weil man einfach mehr Arbeitsspeicher dafür braucht, deswegen passen nicht mehr so viele gleichzeitige Probieraktionen in Grafikspeicher oder in den Speicher von so einem FPGA. Also was wir letztendlich damit machen, mit diesem Algorithmus, wir erhöhen die Kosten bei einem Angreifer. Also der braucht deutlich mehr Hardware, also der muss deutlich mehr Grafikkarten kaufen oder deutlich teurere Grafikkarten, die mehr Arbeitsspeicher haben. Und bei diesem FPGA, da muss man auch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, damit man diese Angriffe durchführen kann. Letztendlich geht es bei Sicherheit immer um Kosten-Nutzen. Also wir versuchen dem Angreifer, das so madig zu machen, also so teuer zu machen, dass er damit in endlicher Zeit oder mit kaufbarer Hardware überhaupt nicht mehr angreifen kann. Jeder Algorithmus ist letztendlich zu knacken. Im Zweifelsheim mit so einem Brute Force. Also das ist stupide, dumm, kostet sehr viel Hardware, sehr viel Zeit und das können wir letztendlich niemals verhindern. Also von daher müssen wir die Kosten für den Angreifer möglichst hoch machen. Das, was ich hier jetzt mal aufgezählt habe, das ist eigentlich so Wissen, was vor zehn Jahren eigentlich schon alles bekannt war. Also unter anderem, wo hier die Schwächen liegen, warum man den nehmen sollte oder besser noch den. Das ist eigentlich alles bekannt oder sagen wir mal, ist es bekannt in Bereichen, die so ein bisschen sicherheitsaffiner sind und sich mit Kryptografie beschäftigen. Allerdings ist es erst jetzt so ein bisschen in die, ja, in den Fokus der Allgemeinheit gerückt, weil irgendwas in Frankreich geschehen ist. Ich habe es jetzt nicht so genau nachgeguckt, was es ist. Die französische Polizei hat den Laptop von einem Aktivisten durch so eine Brute Force Attacke öffnen können. Keine Ahnung, worum es da ging. Geht mir eher um den technischen Teil dabei. Also man hätte es schon wissen können, also wie man sich besser dagegen schützt. Ja, genau. Aber muss erst mal so ein bisschen mit einer Geschichte verknüpft werden, damit es in den Fokus der breiten Öffentlichkeit kommt, obwohl es eigentlich schon bekannt war. Dann noch ein paar weitere Hintergründe dazu. Wir haben Lux 1, das gilt auch schon länger als veraltet. Und Lux 2. Das sind beides quasi Formate, wie man Verschlüsselung verwaltet. Also in beiden Varianten steht drin, womit was gehashed wird. Da ist so ein Informationsblock am Anfang und erst danach kommen die verschlüsselten Daten so ganz grob. Das Blöde an dem Lux 1 ist aber, dass es diese Key Derivation Function, also diese Schlüsselableitungsfunktion, bloß mit SHA-256 oder mit anderen noch mal leicht besseren Hash-Algorithmen durchführen kann. Wenn wir jetzt was Besseres wollen, müssen wir das auf Lux 2 umstellen. Vor allem, wenn wir jetzt hier Argon 2 ID haben wollen, was im Moment so die Luxusklasse von dem ist, was wir eigentlich verwenden wollen. Ich habe mir das Ganze natürlich nicht komplett selbst ausgedacht. Ich habe da mal geguckt, was hier auf dieser Seite steht. Die wurde auch von vielen anderen verlinkt. Da hat der Entwickler mal geschrieben, welche Schritte man machen muss, um so ein System von Lux 1 auf Lux 2 zu bringen. Daran habe ich mich auch überwiegend gehalten, habe das natürlich mal hier übersetzt und ein bisschen für euch umgebaut. Aber letztendlich sind es diese Standardbefehle, die man auch im DINUX-System drin hat. Bevor wir jetzt an die Umstellung von Lux auf Lux 2 denken, sollten wir uns erst mal absichern. Am Anfang von diesem Lux-Bereich gibt es so einen Lux-Header. Da stehen wichtige Informationen drin. Und wenn die beschädigt sind, dann können wir die verschlüsselten Daten dahinter nicht mehr nutzen, also nicht mehr entschlüsseln oder auch nicht mehr reinschreiben. Also die sind denn wirklich weg. Von daher sollen wir erst mal eine Sicherung anlegen. Das geht über Crypt Setup. Und da gibt es diesen Befehl Lux Header Backup, der eigentlich schon alles sagt. Also wir wollen diesen Header sichern. Dann geben wir das Gerät an, wo sich unser Lux-Speicher drauf befindet, also wo die verschlüsselten Daten drauf sind. Und dann eben dev, sda1, sda5, keine Ahnung, kann alles Mögliche sein. Dann geben wir über minus, minus Header, minus Backup File an, wo wir den sichern wollen. Und ich würde euch empfehlen, diesen Header auf einem anderen Medium zu sichern. Also ich habe ja einfach mal gesagt, USB-Stick, den hängt er denn in eurem Dateisystem ein. Je nachdem, was ihr denn für eine Desktop-Oberfläche habt, geschieht das relativ automatisch. Ich habe einfach mal angenommen, das Ding wird unter USB-Stick hier eingehängt und unter Media-USB-Stick. Und dann Lux Header ist die Datei, wo unser Lux Header abgespeichert wird. Wenn ihr das gemacht habt, mit Root-Rechten braucht ihr für das Script Setup, dann hängt ja auch den USB-Stick wieder aus. Und den packt ihr erst mal daneben und braucht ihn hoffentlich nicht mehr. Denn dann geht es hier an die Konvertierung von dem Lux Header. Also was anderes wird dabei auch nicht gemacht. Der verschlüsselte Bereich danach, da bleibt unangetastet, also die Daten werden nicht noch mal neu verschlüsselt. Das bleibt alles so, wie es ist. Es wird wirklich bloß dieser Header einmal gewechselt. Dann nehmen wir wieder Crypt Setup. Convert heißt jetzt dieses Unterprogramm in dem Crypt Setup drin. Dann geben wir wiederum an, welches Gerät wir dann wollen. Also wir vorher noch das Lux 1 drauf haben und zu Lux 2 machen möchten. Und mit Minus Type Lux 2 sagen wir noch, welchen Typ wir gerne haben wollen. Ja, dann haben wir das prinzipiell gemacht. Wenn das ein Lux ist, mit dem ihr euer System selbst verschlüsselt habt, also bei Debian, Ubuntu und so weiter und natürlich anderen Distributionen, könnt ihr euer System selbst verschlüsseln, bis auf einen kleinen Teil. Und dann ist das Betriebssystem verschlüsselt und eure Daten sind verschlüsselt. Das Ganze funktioniert höchstwahrscheinlich ohne Probleme. Aber wenn jetzt da irgendwas schieflaufen sollte, also ich habe das bei mehreren Systemen durchgeführt, bei mir ist nichts passiert, aber es kann natürlich immer was passieren, dann probiert danach einen Neustart aus und ja, loggt euch wieder ein, so wie es ist. Und wenn das so funktioniert, wie gewohnt, dann habt ihr da quasi schon gewonnen. Dann ist nichts passiert, dann sei es gut. Wenn das Booten jetzt nicht mehr funktionieren sollte, braucht ihr ein Live Linux. Das kann auch ein Ubuntu Bootstick sein, ein Knoppix oder sonst irgendwas, ist relativ egal. Und dann holt ihr euch da eine Konsole, werdet wiederum gut, macht hier Crypt Setup, Lux Header Restore, also das Gegenstück zu dem Backup hier. Gebt wiederum dir das Gerät an, worauf euer Lux ist und ja, stellt das wieder her. Da müsst ihr natürlich euren USB-Stick wieder im Rechner reinstecken, mounten an die richtige Position und dann gebt ihr wieder an, was ihr wiederherstellen wollt. Letztendlich ist es diese Datei, die wir vorher hier angelegt haben. Ja, dann ist es wieder so wie vorher, dann startet ihr das System wieder neu und dann sollte es auch funktionieren. Wie gesagt, solche Sachen können immer mit Problemen behaftet sein. Bei mir ist nichts passiert, bei mehreren Systemen, aber es kann natürlich immer irgendwas sein. Wenn ihr das Ganze nicht selbst und allein machen wollt, können wir das auch zusammen machen. Also ich bitte ihr auch Support an, schickt mir einfach da über meinen Kontaktformular eine Nachricht und dann können wir uns das zusammen angucken. Dann machen wir einen kleinen Auftrag drauf und dann, ja, genau, machen wir das zusammen. Dann haben wir als nächstes, was ich für euch gebastelt habe, also was ich auch für mich gebastelt habe. Ich habe mir so ein kleines Skript geschrieben, was das deutlich vereinfacht. Also das geht einmal alle Lux-Geräte durch, also komplette Festplatten, Partitionen oder auch Container, die im Moment eingehängt sind, die werden überprüft. Und dann guckt es nach, ist das Lux 1 oder Lux 2. Wenn ihr da jetzt noch Lux 1 Container haben solltet, dann müsst ihr da nochmal per Hand ran und das einmal umstellen, damit man das auf Argon 2 ID bringen kann. Also nach dem Schema hier, dann auf Lux 2 umstellen und das guckt auch noch nach, ob Argon 2 ID verwendet wird oder was anderes. Dann bietet das Skript gleich an. Sollen wir das Ganze jetzt mal aktualisieren? Dann müsst ihr einmal euer Passwort zum Entschlüsseln eingeben. Dann wird da ein bisschen rumgerödelt und dann wird das umgestellt auf Argon 2 ID. Das hat bei mir auch funktioniert. Auf mehreren Rechnen habe ich es ausprobiert. Also bei mir hat es geklappt, aber es muss nicht überall sein. Also Achtung, es kann immer irgendwas passieren. Wenn was weg ist, habt ihr Pech gehabt, wenn ihr kein Backup habt. Genau und wie ich schon vorher sagte, also ihr müsst das Ganze mit Root-Recht machen. Also müsst ihr auch die Skript mit Root-Rechten aufrufen. Schauen wir uns jetzt nochmal an, was ich in diesem Skript gemacht habe. Also was da drin ist, wie es funktioniert. Ja, hätte auch kürzer sein können, aber ich wollte das ein bisschen ausführlicher machen, dass es ein bisschen mehr kann. Gehen wir von oben nach unten mal durch. Ich möchte also alle Geräte und Partitionen durchlaufen. Da gucke ich in diese Datei Proc Partitions. Also unter Proc sind ja Dateien drin, die eigentlich keine Dateien sind. Die geben Informationen über einen aktuellen Stand von dem Betriebssystem. Und in dieser Pseudo-Datei Partitions stehen alle Geräte drin, also komplette Festplatten quasi und auch die Partitionen drin. Wenn ich jetzt mir das einmal angucke, was da drin ist, das mache ich einmal hier so. Ich gucke da einmal rein und da habe ich so eine Liste mit ja verschiedenen Geräten. Also SA0 ist ein CD-Brenner zum Beispiel. SDA ist die komplette erste Festplatte. Dann haben wir hier die zweite Festplatte, Partitionen auf der zweiten Festplatte, also 1, 2, 3. Und dann haben wir hier DM, sind nochmal Device-Mapper, also für eingehängte Loop-Devices. Interessant für unsere Zwecke ist allerdings bloß, wenn sich auf einem SD-B3 oder so ein Lux befindet, ein Lux-Header letztendlich, oder wenn wir jetzt hier auf der SDA eine komplette Lux-Partition oder so ein komplettes Lux-Lauf hätten. Das interessiert uns bloß. Da verwende ich AWK, um mir die vierte Spalte rauszuholen. Also mit $4 wird die vierte Spalte anvisiert. Also das ist die erste, das ist die zweite, die dritte und die vierte. Also das möchte ich jetzt bloß haben. Diese Spalte hier. Die wird durchgegangen und durch das Schrägstrich DEV Schrägstrich wird auch noch gleich hier dieser komplette Pfad daraus gebildet. Also dann haben wir Schrägstrich DEV Schrägstrich SR0, SDA, SDB, SDB1 und so weiter. Das wird bei jedem Schleifendurchlauf in die Variable DEV gespeichert und dann wird es weiterverwendet. Dann nehmen wir den CryptSetup isLux-Befehl, der einfach guckt mit einem Gerät, ob das überhaupt ein Lux ist. Und dann bekommen wir in dieser Variablen $? den Rückgabewert 0. 0 bedeutet, dass das Programm, was vorher ausgeführt wurde, ja, funktioniert hat, dass alles richtig ausgeführt wurde und davon abweichende Rückgabewerte würden auf einen Fehler hindeuten. Ja, also von daher haben wir ja schon mal mit dieser IF-Bedingung, die von da bis da geht, nur die Geräte, die auch wirklich Lux-Geräte sind, die wollen wir weiter behandeln. Dann haben wir hier erstmal ein Echo. Das gibt eine leere Zeile auf dem Bildschirm aus, damit man es besser lesen kann letztendlich. Und dann wird ausgegeben, Lux-Laufwerk ist das, was wir gerade beackern. Dann hole ich mir mit dem Lux-Dump unter Befehl und dem aktuellen Gerät einmal raus, welche Version und welche Schlüsselableitungsfunktion verwendet wird. Dann sollte normalerweise bei diesem Versionsdings hier stehen, dass da eine 2 kommt. und da sollte im besten Fall das Argon 2 ID stehen. Über diesen regulären Ausdruck hier werden Zeilen rausgefiltert, die entweder Version Doppelpunkt oder P, B, K, D, F Doppelpunkt drin haben. Alle anderen Zeilen werden überhaupt nicht ausgegeben. Das Ergebnis landet in so einer temporären Datei, die Lux-Test heißt. Die gebe ich jetzt einmal aus, damit wir die auch als Benutzer sehen können, was da überhaupt ausgelesen wurde, also welche zwei Zeilen hier drin gefunden wurden. Und die wird auch gleichzeitig noch weiterverwendet, um zu überprüfen, ob wir eine Version Doppelpunkt, da taucht es wieder auf. Und dann haben wir wieder einen regulären Ausdruck, der letztendlich bedeutet, zwischen Version Doppelpunkt und der 2, der Version 2, die wir haben wollen, dürfen beliebig viele Leerzeichen sein. Also das kann Leerzeichen sein, das kann Tabulator sein, irgendwas. Das ist hier so eine Klasse von Zeichen, die irgendwie einen Abstand zu anderen Zeichen machen, die man aber so nicht sieht. Wenn da jetzt rauskommt, dass da Version Doppelpunkt ganz viele irgendwie nicht sichtbare Zeichen sind und hinten 2 ist, dann haben wir schon mal Lux 2. Das ist halt sehr gut. Da haben wir schon mal den ersten Teil unserer Mission erfüllt. Wenn das jetzt nicht ist, dann habt ihr ein Lux 1, das ist schlecht und dann sind wir hier schon mal durch mit diesem Gerät. Da können wir erst mal so nichts machen. Also eine automatisierte Konvertierung mache ich da nicht. Können wir zusammen machen oder ihr macht es allein. Dann als nächstes wird nach einem ähnlichen Schema geguckt, ob wir da den Argon 2 ID drin haben. Das wird hier klein geschrieben. So gibt Lux das Ganze aus. Und da gucken wir wiederum, ob das in der Partei vorkommt. Und mit dem Grepp werden Zeilen ausgegeben, die Argon 2 ID enthalten würden und minus C, also für Count Zählen, wird angegeben, wie oft das gefunden wurde. Und da verwende ich dieses GT, das heißt greater than, also größer als. Wenn es also Fundstellen gibt, mehr als 0, also einmal, zweimal, dreimal und so weiter, dann haben wir auch Argon 2 ID in unserem System. Das ist auch gut. Dann sind wir damit auch schon durch. Wenn das jetzt nicht der Fall sein sollte, für also kein Argon 2 ID, in diesem Laufwerk verwenden, dann habe ich hier so eine Abfrage, die mit Read einfach geschieht. Da kommt so eine Frage, jetzt umwandeln, ja oder nein, Fragezeichen, noch ein Leerzeichen dahinter, damit es ein bisschen schöner aussieht. Dann kann man quasi irgendwas eingeben. Ihr solltet aber entweder ein J eingeben für ja, das soll jetzt umgewandelt werden oder alles andere ist halt, ja, kein Umwandeln. Das Ganze wird in der Variablen X abgespeichert, euer Tastendruck, also J Enter oder N Enter wird dann da drin gespeichert und dann wird nochmal überprüft, ob in der Variablen X ein J steht und nur dann wird diese Umstellung gemacht. Also das Umstellen von dieser Schlüssel-Ableitungsfunktion auf Argon 2 ID. Ja, das ist es letztendlich auch. Das Ganze läuft dann für alle Laufwerke und Partitionen, alles was mit Lux zu tun hat, mehrfach durch und je nachdem kriegt ihr einen Statusbericht, das ist Lux 1, dann habt ihr leider Pech gehabt oder ist es ein Lux 2 mit einem falschen oder mit einem schlechten Algorithmus, dann könnt ihr den hier umwandeln oder wenn er schon da ist, dann habt ihr natürlich schon gewonnen. Dann habe ich auch nochmal geguckt, wie jetzt so der Status ist bei den Systemen, die ich so habe. Also ich habe ein Debian 11 System nochmal neu aufgesetzt, das verwendet Lux 2, aber Argon 2i, also da fehlt das D und bei einem Debian 12, also Debian 12 kommt im nächsten Monat, glaube ich, jetzt raus, also das ist eine Vorabversion, da haben sie Lux 2 und Argon 2i ID schon mit drin, also da braucht ihr nachher nichts mehr umstellen, bei Debian 11 und davor müsst ihr noch ein bisschen was machen. Beim Ubuntu 22.04 habe ich auch Argon 2i ID vorgefunden, das ist allerdings so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich weiß nicht, ob es so aus der Tüte fällt oder ob es vielleicht irgendwie mit einem Update mal mitgekommen ist oder ja, was weiß ich. Also guckt da genau drauf, also das letzte hier nicht so hundertprozentig ernst nehmen. Also im Zweifelsfall sollte ihr sowieso die Skript einmal durchlaufen lassen, um das zu überprüfen, wie es eigentlich ist. Dann habe ich nochmal geguckt, Lux Szenarien, also es gibt verschiedene Methoden, wie man Lux verwenden kann. Man kann quasi so eine Komplettverschlüsselung machen, damit das System quasi komplett verschlüsselt ist. Ansonsten bei Debian und Ubuntu gibt es eine unverschlüsselte Bootpartition, die man für Angriffe verwenden könnte. Man könnte dann anderes Innetram FS reinpacken, was vielleicht diese Passphrase, also dieses Passwort mitloggt oder sonst irgendwas damit tut. Ja, sowas kann man machen und der Nachteil in dieser Komplettverschlüsselung ist, dass der Grub, der Bootloader, der den Kernel anstößt, normalerweise kein Lux 2 unterstützt, soweit ich es jetzt gesehen habe. Und Lux 1 unterstützt bloß schlechte Hash-Algorithmen. Bei Arch gibt es aber irgendwie so eine angepasste Version von dem Grub und was weiß ich alles. Also guckt mal ein bisschen genauer da rein, wenn euch das interessiert und werdet schlauer. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder geholfen, ein bisschen bei der Sicherheit eurer Systeme. Sicherheit ist ja prinzipiell so etwas, was man erreichen möchte, aber eigentlich nie ankommt. Aber man muss ständig da immer ein bisschen nachlegen, damit man es Angreifer nicht so einfach macht. Ja, von daher macht es nach. Macht es nicht nach. Im Zweifelsfall geht auf meine Seite. Dann machen wir einen kleinen Auftrag draus. Dann gucken wir uns das zusammen an, wenn euch das selbst zu kompliziert ist. Ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Dann machen wir uns das zusammen. 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 Vielen Dank.